Ciao meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch, guck mal hier drüben, oh, und ich habe folgende Infos für euch. Und zwar hat Sneasel bei uns auf dem Discord-Server einen Channel erstellt, in dem ein Bot automatisch alle Updates sich snackt von Twitter und Co., die über CSGO rausgehen. Also wenn ihr die wichtigsten oder vielmehr die, die generell alle, alle Infos zu CSGO mitbekommen wollt, schaut da gerne vorbei, ich zeige später auch kurz noch einen kleinen Schwung, wie das Ganze aussieht. Alleine, alleine heute und gestern stehen da einige Einträge mit drin, also was gefunden wurde, die Leute gruscheln ja da immer drin rum, ich glaube, Warm-Up müssen wir uns nicht angucken, neulich. Das ist doch alles ein bisschen, aha, aha, aha. Heute habe ich übrigens auch, ah ja, heute habe ich übrigens auch endlich wieder Normalzeit, das heißt, wir können dann hier schön das Ding machen, das letzte Gip-Way auflösen, das neue Gip-Way machen und so weiter und so fort, ich habe euch da. So, also, hat der, ah, der ist gekillt worden, man kann sagen, hat der ja getroffen oder was, mit einem Flick nach da drüben. Ähm, ja, also wenn du top aktuell sein möchtest, was die neuesten Updates eben angeht von CSGO, dann kann ich dir empfehlen, bei uns auf dem Discord vorbeizuschauen. Der Channel nennt sich, glaube ich, CSGO-Updates, den zeige ich auch gleich noch. Äh, so, wir sind in der ersten Runde direkt angekommen, er hat, wie man hier sieht, ultra nice Handschuhe, die habe ich übrigens auch, richtig geile Teile. Das Knife habe ich nicht, Classic Knife Slaughter, lecky, schmecky, für Spaß an Decky und, ähm, ja, es ist so ein, naja, nicht wirklich ein B-Go, aber die, die Tees befinden sich vor und unter B, jetzt gehen alle runter, na, letzte geht wieder zurück, die Nummer 6. Jetzt wollen sie wohl Richtung Conn durch, mal schauen, was Suspectlchen hier macht, die Calls waren 100% da, sie sind noch gesteppt, man. Äh, weiß eigentlich alles, ihn hat man eben auch ganz kurz steppen gehört, ich weiß nur nicht, ob der Suspect auch den Cross gesehen hat, an dem Atomspalt, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Diesen Jump da rein wird er wohl gehört haben, oder er vermutet ihn einfach, das würde ich in dem Fall auch machen, wenn das Spiel, äh, dann doch, oder die Runde so weit vorangeschritten ist und noch nicht viel passiert ist. Zickzack klatscht ihn im Connector weg und er wartet ja einfach, er spielt einfach auf Nummer sicher, beim Warm-Up habe ich jetzt halt nicht genau hingeguckt, aber das würde ich auch nicht so wirklich zählen, was da, also, ja gut, wenn da jemand fett rein scheißt, dann natürlich schon. Es, ist mittlerweile, ist mittlerweile ist es doch, äh, es ist doch schon sehr, sehr infobehaftet, was er hier treibt, weil der Gegner ist durchgehend geschlichen, er kann nicht wissen, dass er da gerade näher kam und auch dieses ganz cleane Abge... Weiß ich nicht, das war sehr merkwürdig, das war sehr, sehr merkwürdig. Also entweder will er hier irgendwas verschleiern oder es war eben gerade so unlucky für ihn, dass das so nach Vision Assist aussah. Auch wie er da so langsam sich ready gemacht hat und den Sprung aber nicht hinbekommen hat, um dann dort auf ihn zu warten, Mitte wurde weggeklatscht, ne halt, aber auf A wurde weggesnackt, Mitte ist komplett clean, B auch, er geht trotzdem mal in Mitte gucken, ist wohl so verwirrt wie ich und dachte, sein Mate wird bei Mitte gestorben. Dabei haben wir doch beide die Map-Mensche, auf jetzt Aspekt. Warum wurdest du reported, Saran? Ich will es jetzt wissen. Deswegen schon mal nicht, ne? Hm, ah, Time-Out? Oh, na? Der ist... Stopp, äh, der ist schon seit... Ah, der war jetzt zwei Runden nicht da, ne? Drei Runden nicht da. Das könnte natürlich schon ein Time-Out-Grund, äh, ein Bann-Grund sein, kein Bann-Grund, der hat wahrscheinlich ein Disconnect gehabt, keine Ahnung, Connection Lost, darüber kann ich nichts sagen, darum kann ich ihm diesbezüglich... ...ich auch nichts drücken, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mates hier, äh, den Report, das Wort habe ich gesucht, den Report gedrückt haben, weil er einfach drei Runden weg war. Aber, also, ich weiß auch nicht. Es ist extrem ärgerlich, wenn sowas passiert, sehr, sehr ärgerlich. Aber du kannst doch nicht jemanden reporten, deswegen... Gut, vielleicht sind die im Teamspeak oder sonst wo und der... Oh, was macht der hier? B-b-b-kollege, Kollege Schnüllschuh im Hintergrund mit, äh, Anti-Aim oder was? Das sah gerade sehr wild aus. Ah ja, Suspectlchen, Weißröckchen. Ach ja, vielleicht hat er jetzt hier angeracht. Ui, der Track eben, hm. Jetzt müssen wir mal ganz genau hingucken, was er da treibt. Vielleicht hat er angesagt, ich mach jetzt an, ist mir egal, und dann ab. Kann auch sein, kann auch sein. Was ich sagen wollte, wenn, wenn man mit jemandem im Teamspeak ist und er sagt, da fickt euch doch, ich geh jetzt einfach. Klar, da kann man dann, kann man rein reporten, äh, und halt hoffen, dass er dann vielleicht einen Grief-Bahn gedrückt bekommt. Aber das kann ich beim besten Willen nicht wissen, was da die Absprache war, deswegen kann ich ihn nicht für ein Disconnect irgendwie raushauen. Das kann jedemal passieren, dass der Router sich neu gestaltet oder irgendwas passiert. Zwei bis drei Runden kommen auch ganz gut hin von der Zeit, die das eben braucht, bis man, ähm, ja, bis man halt dann wieder da ist. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze hier, zählt es dann trotzdem für die Demo? Ja klar, zählt es für die Demo, da ist sicher, da ist sicher. Das ist frech. Mal schauen, was er jetzt macht. Also, es, ich würde jetzt schon echt hart abschmunzeln, wenn er hier einfach angemacht hat, auch in dieser Off-Time. Also hier, ähm, Rose ist auf jeden Fall am, also mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest am Anti-Aim. Also er macht keine Steps, sein Model bewegt sich so komisch für unsere Sicht, das, äh, kann ein Anzeichen für Anti-Aim sein. Oder, die, oder diesen Fehler, ich muss jetzt mal ganz genau gucken, Gott, was will ich denn, was drücke ich denn? Oder für diesen Fehler, den manch einer kennt, wenn man spawnt und so in der Luft hängt, dann macht man auch keine Steps und es sieht merkwürdig aus. Aber, äh, ja, das ist die zweite Runde schon, das ist nicht zweimal auf einmal. Ach du Scheiße, okay. Okay. Ich gucke mal kurz aufs Scoreboard. Ja, 3-0-2 und ein Sternchen, also überhaupt nicht auffällig. Aber die Fracks sind frech. Mal gucken, was er jetzt noch so treibt. Vision und Aim, beides fishy auf jeden Fall. Da sein Mate auch reincheatet, ist die, wahrscheinlich hat er nochmal etwas höher, dass bei ihm auch irgendwas am Start ist, weil die Affen sich meistens anhäufen. Jetzt gucken wir mal, was er hier treibt. Also links kommt einer durchgelaufen, den hört man auf jeden Fall. Also da kann man jetzt nicht sagen, oi, 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 oi. Öh, das Ziel, wie, als hätte er die Flash gerafft. Gut, der hat vielleicht auch den Wurf gehört. Auf, jetzt tu nicht so, als wenn du da hinten rumkacken müsstest. Mach mal. Komm, mach. Also wenn er ihm jetzt hier einen harten Shot hier reindrückt, wäre das schon sehr, sehr frech. Aber er steppt halt auch wie ein Ochs, dieser Ziel. Wow, also das ist, ich, ist. Also ich, ich, man hat natürlich damit gerechnet, dass er da rumkommt, ganz klar. Gerade weil er da auf und ab gelaufen ist, laut. Und deswegen ist man natürlich auch im vollen Fokus, aber ich weiß nicht. Vielleicht muss ich mir das auch gleich nochmal angucken. Das könnte so ein Fall sein, wo wir wieder Folgendes machen. Ich drücke im Geheimen das, was ich denke. Und, äh, lese dann, oder wir lesen uns dann in den Kommentaren. Und dann kann ich sehen, was ihr eben gedrückt hättet. Dann kann ich euch so schon mal nicht beeinflussen, wenn ihr seht, was ich dann schlussendlich mache. Weil der Fall dann doch mittelmäßig, äh, ja gut, vielleicht nur für mich etwas interessanter geworden ist. Vielleicht, weil ich auch einfach nicht diesen Fokus hatte gerade. Oder vorhin. Jetzt gucken wir mal. Hm, 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 hm. Übrigens, Herrscher hat gerade 100%, also irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ob das so schwierig ist, was man ihm drücken soll. Oh, shit. Komm, mach noch eine Sache, du Keck. Gut, dann halt doch nicht schade. Ich werde ihm jetzt drücken, was ich ihm drücke. Und ihr schreibt in die Kommentare, was ihr ihm drücken würdet. Let's go! Und jetzt kommen wir zum ominösen Giveaway und hier hängt ein Haar um. Eins der wenigen, die ich noch hab. Aktuell im Giveaway haben wir eine AK-47 Emirate Pinstripe für euch. Diese konnte man bei diesem, äh, ich glaube, Cheater mit 1000 Euro Inventory, ähm, gewinnen. Oder dort konnte man bei dem Giveaway mitmachen. Man musste dafür die Frage beantworten, ob man bereits auf unserem Discord-Server ist oder eben nicht. Ich hab hier schon alles vorbereitet, das Video ist drin. Die Rechnung muss ich noch ma- machen. Numpet, hallo, Bing Bong, schade. Äh, und die duplizierten User auch raus. Wir snacken uns die Kommentare. Vielen Dank für 46 Kommentare, ihr alten Ehrengönner. Ähm, ich werde jetzt reinjallern. Und denkt dran, der Gewinner muss eben über unseren Discord was geschrieben haben. Gut, dann ziehen wir den Nix. Das hatte ich noch nie, dass ich da drin bin. Ich mach ja auch immer einen Kommentar, ne, mit dem, mit dem. Mit der Beschreibung des Videos. Pick another winner, let's go! Na, also. Der ist echt frech, Emerald. Pimp-Stripper, die nehme ich. Babo, das hört sich sehr gut an. Natürlich gern. Und auf dem Discord bin ich ja auch, aller. Perfekt, Barbara. Somit gewinnst du die Pimp-Stripper. Wir machen das so wie immer. Du schreibst hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füchst bitte hier in diesem Bereich deinen Trade-Link hinzu. In deiner Kanal-Info. Einfach hier reinschreiben und let's go! Das neue Giveaway ist natürlich auch schon vorbereitet. Es gibt folgendes für euch. Die AUG Fleet Vlog. Also hier, Vogelfans, aufgepasst. Wie man mitmacht, geht wie folgt. Das klang jetzt komisch. Und zwar, rechnest du in diesem Jahr noch mit einem größeren CSGO-Update? Also sowas wie eine Operation oder sogar SOS 2 oder was Gleichwertiges. Rechnest du damit? Ja oder nein? Let's go! Wenn man das mit in seinen Kommentar reinhaut, ist man automatisch im Giveaway mit dabei. Und bezüglich Updates kann ich euch hier noch unseren Discord-Server ans Herz legen. CSGO-Updates-Channel, aufmache, neilunse. Es gab alleine heute zwei Sachen. Auf jeden Fall könnt ihr hier alle Updates nachlesen. Egal ob groß oder klein. Hier erfährt man alles. Also einfach rankommen und diesen CSGO-Updates-Channel ab und an mal besuchen. Da könnt ihr dann alles sehen. Somit sind wir dann fürs Erste wieder fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Vielen Dank auch für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Bin immer am Kommentieren oder vielmehr beantworten. Es war wieder nice. Haut da rein. Und bis auch, wenn man Bock hat, zum nächsten Livestream. Falls ihr Zeit habt, je nachdem wann das Video kommt. Donnerstag vielleicht 18 Uhr. Freitag 20 Uhr. Aber Freitag kommt eigentlich Daddy Skins. Also wenn das wieder am Donnerstag erscheint, dann sehen wir uns um 18 Uhr im Livestream. Later! Tschüss. 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 Tschüss.